. Gerade heute zu Schengen, wo für 35 Jahre eh von der wichtigsten Verträge von der Europäischen Gemeinschaft in der Schriebeginn ist, ist eine gute Situation in der letzten Woche ganz abgesperrt. Da, wo man aus dem Dreiländern kommt, von einem der, ob die anderen Grenzen nicht mehr ohne verleibende Grund passieren. Das wird gerade heute von ganz vielen Werten und bei Maddennägen gelöst wird, spüren alle los. Sie wünschen sich hier nach dem Robert Schumann-Singer-Deklaration von den Glitzbüger-Gemengen zusammen mit ihren Oberen aus Deutschland, der Balsch und Frankreich den Europaventel hinzuziehen und damit ein starkes Signal für unsere Freundschaft der Verbundenheit auszutreten. Muss man nicht vergessen, dass Robert Schumann ein stärker jung ist, als Klausel, den Heig geboren werden und Schulgängern bis zu seinen 16 Jahren ist das Heig, wo jede Vielfalt von der europäischen Kultur gelehrt und auch gelieft wird. Wir haben aber auch die schrecklichen Experienzen von zwei Weltgriechen mitgemerkt und die Mutter lief und haben sich dafür konsequent und auch gesagt, für eine Neid friedlich zusammenleben zwischen den europäischen nationen zu organisieren um gegenseitigen Respekt und Interesse. Mit dieser Aktion hoffen wir, ein Klauselchen zu setzen. Schengen steht für freie Gitter und Personenverkehr. Schengen also Meilen stehen für all die Leute, die in diesem Raum leben. Weil Schengen steht für ein Europa mit öppener Grenzen auch für Freundschaft. Europa das sind hunderte für gemeinsame und erfolgreichreiche Projekte auf kommunalen und regionalen Planen. Europa das sind viel Freiheit und Rechte, die auf Solidarität und wirtschaftliche und soziale Stabilität basieren. Lost mir doch für Haut umlängte mich den Engagement zu lösen, für uns auf allen Niveauen, auf kommunalen, auf nationalen, auf europäischen und auch persönlichen Planen dafür anzusetzen, für den Robert Schumann seine Hilfschaft weiterleben zu lassen, für das auch uns Kanner, auch Kanskanner in Zukunft auch Frieden kennenzulassen. auch Frieden gef define wird nicht eher antäusch Untertitelung des ZDF, 2020